Florentina, Rüdiger, es ist gleich viertel nach acht und ja, ich dachte, Rüdiger, ach so, die Vorhänge. Rüdiger, du bringst mich noch ins Grab. Tut mir leid, Florentina, das ist nicht leicht. Hat schon jemals etwas mit dir gleich geklappt, Rüdiger? Na ja, nein. Du, Florentina, morgen die Einladung für die Bockmeiers zum Römer-Topf. Ja, das könnte ein schöner Abend werden. Bestimmt, bestimmt. Wenn du uns die wieder blamierst, Rüdiger. Ja, mir ist da was. Rüdiger. Du bringst mich noch ins Grab. Ich gebe mir doch solche Mühe, Tietchen. Aber könnten wir uns jetzt nicht deine Haushaltshilfe leisten? Wie kommst du denn da? Nun, ich dachte, wenn du erbst, dann wird alles anders. Ach so, ja, du kannst dann deinen Halbtag-Shop aufgeben. Ja? Ja. Warum? Weil du dich da den ganzen Tag um den Haushalt kümmern kannst, Rüdiger. Ja. 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 Ja.